Willkommen beim Wakinghead-Podcast, unbekannte Anzahl, aber in den 90ern. Ich bin Walter, der Wolf von Mibu und habe bei mir heute Max Kanter. Hallo Max. Hallo Malta. Schön, dass du bei mir bist und wir machen heute ein kleines Interview mit dir und probieren uns mal einfach an, wer diese Person ist, die es als Nummer 12, ich möchte fast sagen so auf den letzten Drücker, juss und juss, aber als auf Platz 12 in die deutschen Meisterschaften in die German Finals geschafft hat. Max, freust du dich erstmal mit dabei zu sein? Ich freue mich mega, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet und ich freue mich so ultra dabei zu sein und ich finde es mega toll. Wenn mich jemand am Anfang der Saison gefragt hätte, und wie würdest du so die Chancen von Max Kanter, also sagen wir mal im Februar, mich gefragt hätte, wie würdest du die Chancen von Max Kanter so einschätzen, bis in die German Finals zu schaffen am Ende des Jahres? Wäre meine Antwort gewesen, wer ist eigentlich Max Kanter? Ja, wer ist eigentlich dieser Chancen? Max, wer bitte? So, lass uns einmal ganz kurz, stell dich mal einmal kurz vor, wer bist du, woher kommst du? Also ich bin Max Kanter, ich bin gebürtiger Hesse von einem kleinen Dörfchen vor Frankfurt und bin da auch das erste Mal mit 40k in Berührung gekommen und seit ich dann angefangen habe zu studieren in Chemnitz im Osten, habe ich dann, ja, also 40k ein bisschen so ein Hobby noch stärker ins Kompetitive vertieft und habe dann angefangen auf Turniere zu fahren. Das heißt, wie lange, ich unterbreche dich sofort, wie lange spielst du schon 40.000 dann? Seit Anfang der fünften Edition spielst du? Seit Anfang der Edition, also schon ziemlich lange und wann in etwa hast du in Chemnitz mit den Turnieren angefangen? Wann ich in Chemnitz mit den Turnieren angefangen habe, der Startschuss für die Dillenburger 3 war tatsächlich das fatale Dillenburger Turnier und zwar habe ich meine beiden Kumpels, Paul und Ludwig, Grüße an der Stelle, eingepackt und sind nach Hessen gefahren, nach Dillenburg. Also auch die Deutschen Meisterschaft, gar nicht deine Deutschen. Ja, ja, das ist natürlich meine erste Deutsche Meisterschaft und haben dort die Deutschen Meisterschaften gespielt und das artete ziemlich böse aus, die Deutschen Trinkspielmeisterschaften, weil wir ja nichts anderes zu tun hatten, das war ja wirklich, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich das jetzt vertiefen darf an der Stelle, aber es war nicht den Standards entsprechend, wie ich das gerne mag und hätte. Jeder kann sein Turnier natürlich Deutsche Meisterschaften nennen, du stehst jetzt auf ein Turnier, da sagen wir mal, da steht große Teile, wenn nicht fast die gesamte deutsche Kommunion steht dahinter. Bei Dillenburg war das einfach nicht der Fall. Ich glaube, in Dillenburg können wir das mal sagen. Ja, aber das Positive an der ganzen Geschichte war, es hat mich mit Ludwig und mit Paul sehr hart zusammengeschweißt und war im Endeffekt der Startschuss für diese kompetitive 40k-Szene. Geil. Weil ich dort das erste Mal gemerkt habe, trotz anscheinend schlechten Turnierumgebungen, wie cool die Leute so sind und wie schön das ist, wenn man einfach mal mit Kumpels dann so irgendwie in die Pampa fährt und einfach ein bisschen zockt und dann ging das los. Wir haben dann in Leipzig mal gespielt, kleinere Turniere in Hof gingen dann mal los, es ging dann mal nach Dresden, so hier und da, immer mal was und dann gipfelte es im ersten GT, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube, ich bringe auch ein bisschen die Zeit durcheinander, aber egal. Macht nicht. In Prag, weil das ist ja von hier aus nur eine Stunde. Ja, ja, und dann damals noch mit Black Templar und ja, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, wie geil denn das ist. Das ist neunte Edition dann schon? Das müsste die neunte Edition gewesen sein, ja, oder Ende achte. Ende achte, neunte Edition, passt. Irgendwie sowas, irgendwie sowas war das, das war hier die Rubicon, ich weiß gerade gar nicht, was das war, und ja, da habe ich mich, da bin ich mit Black Templar einfach mal hingefahren und hab mal gedacht, ne, mal gucken, das war hier Crusher's, Crusher's Stampede, was war denn, was war das, wo hier die Stampede noch hoch genannt ist? Ach, ja, das ist irgendwo so Übergang, achte, neunte. Ja, irgendwie so. Irgendwann, ach, sehr gut, lass uns das nicht, lass uns das nicht komplett vertiefen, sondern wir wollen uns vor allem jetzt mal gucken, auf dein Jahr 2023 und ich hab mal so ein bisschen reingeguckt und hab gesehen, okay, du bist zu einem Major dann am Anfang gefahren, du warst auf dem Firebug, war das dein erstes Major dieses Jahr, 2023? Oder hattest du das letztes Jahr schon? Ne, ich war schon, also wenn du mich fragst, ob das überhaupt mein erstes Major war, dann war das nicht, ist das nicht richtig, ich war in Amsterdam. Amsterdam war vor Firebug? Ja, ein Jahr davor sogar, glaube ich. Oh, ach so, alles klar, passt. Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich komm manchmal mit Zeiten durcheinander, aber wir haben uns einen Bus gemietet und sind dann einfach mal mit der kompletten Truppe nach Amsterdam gefahren. Geil, okay, das ist natürlich richtig gut. Warst du dieses Jahr auch in Amsterdam oder war das letztes Jahr? Das müsste letztes Jahr gewesen sein. Okay, war letztes Jahr dann, okay, passt. Da hast du, ich glaube, auch gar nicht so schlecht abgeschritten, ne? Ja, da hat Grisha gewonnen. Das war dieses eine Turnier, wo Grisha gewonnen hat. Und ich so als kleiner 40k Typ so, boah, was für ein cooler Kerl. Ich würde auch so sein wie der. Und jetzt spiele ich halt einfach in den Young Finals wahrscheinlich gegen den. Das ist so mega witzig. Ja, das ist natürlich perfekt. Ja, also der große Durchbruch von Grisha, der damals das Alliance Open Super Major gewinnt, Ende 2022 war das. Nur für diejenigen, die gerade nicht wissen, worüber wir sprechen, mit Siegen über Lien Wiesel, also den besten europäischen Spieler und den späteren Weltmeister Manni Chima, war schon ein ganz gutes Turnier von Grisha. War dementsprechend auch super gut besucht, 130 Spieler. Und du bist, glaube ich, da schon bester geworden. Ja, ich bin ja tief im Herzen grün. Ja, darauf kommen wir vielleicht auch noch zurück. Darauf kommen wir dann nachher noch zurück, ja. Und habe dort einfach mal meine Orcs mitgenommen und habe dort, also echt, also dafür, dass mein erstes Major, Super Major, wie auch immer, war, war ich sehr stolz auf meine Leistung, weil ich konnte tatsächlich dann, also für mich läuft das immer gleich ab. Ich spiele am Anfang gegen wahrscheinlich nicht so die guten Spieler und dann wird das immer besser. Und dann fange ich an, irgendwann, wenn ich dann halt viel gewonnen habe, gegen richtig gute Spieler zu spielen und dann gucke ich mir alles ab. Ich gucke mir einfach alles an, was die machen und versuche daraus zu lernen. Und das war das erste Mal, wo ich in diese Regeln, diese Leute, die überhaupt Kontakt zu diesen Leuten geknüpft habe, wo ich tatsächlich gegen WTC-Spieler spielen konnte, auch mal gewonnen habe und gegen WTC-Spieler auch mal verloren habe gegen WTC-Spieler. Gino Kuhn, auch exzellenter niederländischer Spieler, einer der besten, den du dann da verloren hast. Ja, auf jeden Fall schon mal super interessant. Und dann hast du dich entschieden, also bei dir, das kann man glaube ich so sagen, war auf jeden Fall das Feuer geweckt. Wir hören es ja schon, der Bus in die Niederlande von Chemnitz und da kann unsere deutsche Turniersaison 2023 und beschreibe uns ein bisschen, wie lief die Saison insgesamt für dich ab? Hast du, wir sind am Ende, das können wir schon mal versprechen, wird es gut. Denn wie war der Anfang? Der Anfang, also mein Feuer war halt da und der Anfang war, wie kriege ich so viele Spiele wie möglich ran? Und da war der Anfang, da bestand nur aus RTTs, selber RTTs gemacht, veranstaltet, nach Hof die ganze Zeit gefahren, dort übelst feste und gute Kontakte geknüpft, mal nach Leipzig zu den guten Kumpels gefahren und hier und da überall mal irgendwas gemacht, die Leute auch mal eingeladen und auch mal mit Wotan, glaube ich war das noch, das war ja hier Wotan-Zeit, nochmal hier und da was gewonnen, dann hat dann geweckt, was haben wir hier, ich unterbreche dich einmal ganz kurz, ich habe hier Chemnitzer Open, das veranstaltest du dann selber? Ja, das veranstaltet, vielleicht auch veranstaltet die Dillenburger 3, die veranstalten wir selbst, Ich liebe diesen Abend schon. Und Games Island, Lord General, also Lord General, die RTTs in Hof, die Dulles, wie wir mal gucken, hier, ich sehe hier auch mindestens ein Sieg, zwei Siege für dich und zwei zweite Plätze, ist das richtig? Das kann sein, ja, dass ich, ich habe einmal, also mein, mein erstes Mal, glaube ich, war tatsächlich in Hof mit einem Stomper gewonnen, war das? Nee, das war, ich weiß es auch nicht mehr, es waren auf jeden Fall nur geile Turniere. Du hast auf jeden Fall richtig geile Turniere mitgenommen, hast da auf jeden Fall auch schon abgeliefert, RTT ist gewonnen, warst du auf dem Firebug dieses Jahr, das ist hier noch eingeladen? Ja, also davor kam der besagende Montags-Stream von euch, der mir ganz tief im Gedächtnis geblieben ist, wo ihr gesagt habt, guckt euch mal den Max an, der ist hier irgendwie in der Jump-Ranking ziemlich weit oben, aber du selbst hast das gesagt, aber der spielt ja nur RTTs, das ist so ein typischer Lokal-Matador, der wird dann abfallen und das ist mir auch so, weißt du, so ein typischer lokaler Typ, der einfach da seine, keine Ahnung, zwei Bundesländer da bedient und dann ist gut, ja, und da habt ihr dann quasi gesagt, ich habe mir das immer angeschaut, habe gesagt, Leute, also so jemand muss halt dann erstmal lernen, auf den großen GTs zu performen und dann kam Firebug. Und dann hast du es allen und dann, äh, hast du es allen schon mal, ne, obwohl die Firebug noch nicht so richtig gesagt? Ne, Firebug war nicht so richtig, ich habe nämlich, ich habe nämlich, äh, die haben mir kurz davor Elfen gekauft und hatte überhaupt keine Raps drin, gar nichts und ich war überhaupt nicht vorbereitet und habe einfach mal mit einer komplett neuen Armee angefangen, Firebug zu spielen. Ja, okay. Ja, lief ja mäßig. Gut, also erst das große Major läuft mäßig, lokal läuft es gut, äh, du bist schon im Stream, sind schon auf die Aufmerksamkeit, muss ein bisschen über das Lokal hinaus, passt. Äh, und dann gehen wir so ein bisschen weiter durch, war das, äh, Nurgelmania Half-Team-Turnier, war das dieses Jahr? Das Team-Turnier in Nurgelmania? Ja, und was kennst du das Jahr? Das war, das war, das war dieses Jahr, glaube ich. Das war dieses Jahr, ne, ne, da auch nochmal gewonnen, da auch wieder Eldari gespielt, also man merkt es, je länger das Jahr fortschreitet, desto besser wirst du einfach mit Eldari. Genau, also mit der zehnten Edition habe ich mir dann gesagt, Eldari ist es, probieren wir so viele, äh, für so viele, äh, so viele Raps reinzukriegen, wie es geht. Und dann, ja, dann halt, dann ging das halt los, wo du halt dann die OP-Regeln als auch andere hinten konntest und dann wusstest du, was du machst und dann war das ja, man muss dazusagen, Eldari war zu der Zeit ein sehr großer Selbstläufer. Ja, also, wenn du nicht mit einer anderen Armee genau dagegen getaggt hast, dann brauchst du eigentlich nicht viel Skill, um damit zu gewinnen. Das rät an. Und das fulminiert für mich zumindest darin, dass du es nach Berlin schaffst, so mal Huxley's Open, da auch ein gutes Ergebnis auf jeden Fall ablieferst, äh, und zwar bist du Sechster von 54, richtig gutes Feld, äh, und ich erinnere mich halt immer unglaublich gerne an unser, äh, Biergarten-Gespräch, das wir noch am gleichen Abend haben. Das, das gute Biergarten-Gespräch, was mir aber ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, das war so geil. Das war so gut. Ah, so, richtig gut abgeliefert mit Eldari, ähm, Sachsen-Geballer, gerade geworden, Huxley's Open, mir hättest, und ich könnte so ein bisschen gespottet haben, ja, war ja ganz gut für ein bisschen Gespiele mit Eldari, und, äh, ja, ich glaube, ich muss dir deine Antwort nicht erzählen, du weißt selber, was du geantwortet hast. Ja, also, wir können's ja mal kurz auch für die Zuschauer sagen, weil das ein wichtiger Teil war, da sitzen wir in diesem Biergarten, und, äh, Malte sagt einfach zu mir, ja, guck dir das doch mal an, du bist ja, äh, äh, du, du hast das doch ganz, äh, gut gemacht hier mit Eldar und so, und, ja, ja, und ich, wie man halt so redet, da hab ich ja gesagt, naja, eigentlich, weißt du, eigentlich bin ich Orksspieler. Und der, und dann in dem Moment so gar nicht ernst genommen, vielleicht so den, den Typ, so einen, so einen Abwinker kassiert, naja, komm, was hast du bis jetzt gespielt, Wotan und Elfen, ja, du kannst, du, Orks, was, nee, was, nee, du, und Orks, nein, und das hat mir ein bisschen, so ein bisschen, äh, ja, musste ich erst mal schlucken, ne, war natürlich alles sehr freundschaftlich, so, aber das, äh, da hab ich dann gesagt, das war der Startschuss für mich, für Orks. Geil. Äh, ja, freut mich, dass ich da die persönliche Motivation war, denn, äh, das hat dann auch einfach fantastisch funktioniert, äh, im, im September, äh, sind die Hanseaticer Lines Open, unser großes, äh, Turnier in Bremen, äh, wo du eine Dialage kassierst, nur mit Orks, dann? Ja, gegen Fred. Eine mit Elfer und Fred, also, erstes Mal Bremen, glaub ich dann? Das war das erste Mal Bremen. Erstes Mal Bremen, nur eine Dialage, das ist schon richtig, richtig stark, äh, am Ende dann super verdienter 8er Platz, und, ja, äh, ich glaube, deinen persönlichen, äh, ich vermute einfach mal deinen persönlichen Höhepunkt, kannst du mir gerne auch mal selber beschreiben, denn es kam ja noch der Rock'n'Rumble. Also, äh, ja, mein persönlicher Höhepunkt war natürlich, äh, dadurch, dass ich so gute Kontakte zu guten Geleuten von Games Island, zu Marco hab, und ich ja so ein bisschen mit da, da dabei reinmischen durfte, war dann das, äh, Rock'n'Rumble, ewig drauf hingefiebert, viel, viel auch vorab gesagt bekommen von Marco, das wird ein geiles Event, und einfach gefreut drauf, weißt du, so ein bisschen wie so eine, wie so eine Comic-Con, so wie, wie jetzt, wie ich mich jetzt auf Las Vegas freue, freue ich mich, habe ich mich da auch so Rock'n'Rumble gespielt, und, und er fand das so geil, und hab da einfach gesagt, komm, also ich hab, ich hab ja gut in Bremen gespielt, und hab mir gedacht, ja, du spielst auf jeden Fall wieder Orks, weil egal, wie es für dich ausgeht, ist vollkommen wurscht, du hast auf jeden Fall die sechs Spiele, die es da waren, wie in Bremen auch, hast du Spaß. Mit Orks hat man einfach Spaß auf so einem Turnier, du bist entspannter, du bist nicht verbissen wie bei Elda, du, du kannst ein bisschen lockerer sein, und, ähm, hab das auch gemacht, und hab einfach das genommen, was mir so instinktiv gesagt hat, äh, das will rein und das gefällt mir, ja, und, äh, natürlich auch, äh, das gespielt, was, was gut war, natürlich auch, äh, Hintergrundrecherche gemacht, was bei Orks so in Amerika gerade so ein bisschen gut geht, und, äh, mir meine eigene Liste daraus so ein bisschen zusammengebastelt, und, äh, dann gehe ich da mit nach Raccoon Rumble und, äh, meh halt reihenweise Leute weg, und auf einmal fällt mir halt so mittendrin auf, da steht auf einmal ein Ball vor mir, äh, Neck, also, für die, die es nicht kennen, Balle, WTC-Spieler, Neckgrunds, sehr, sehr, sehr krasser Spieler, und auf einmal sieht es... Genau, WTC-Spieler, Neckgrunds, wir können es auch ein bisschen gerade anderes sagen, Nummer sechs bei der Weltmeisterschaft. Ja, Nummer sechs bei der Weltmeisterschaft, also richtig krass, und da fällt mir so, also, ich bin dann so ein bisschen wie ein Trance, hab halt Spaß, und, und, und Trash-Talk eben mit ihm, mir fällt auf einmal so Mitte, Mitte, Spiel, also Ende, zweite Runde, Anfang, dritte Runde auf, ey, steht ja gar nicht schlecht, jetzt reißt sich halt mal zusammen, weil ich krieg knapp gegen Balle gewonnen, und dann kommen halt nur noch solche Koryphäen, weißt du, und es ist so eine Ehre, gegen diese Menschen zu spielen, ähm, und zu lernen, und mit denen in Kontakt zu treten, und, äh, und ich spiele ein Spiel nach dem anderen, und irgendwann hab ich mir dann halt auch gedacht, so viel Glück kannst du gar nicht, haben jetzt Feuer halt mal ab der Feuermäßlichen Krakutrunde weg, sonst blockt er dich hier komplett weg, gegen Arthur Gürtler, was wüsste ich da, also, es ist unglaublich, dass ich dann den Screen weg, eben Abwehrfeuer weggemacht hab, und, äh, solche Geschichten dann halt, ne, und das war mein absolutes Highlight, und auch mein bestes Turnier bisher, ich bin 6-0 quasi dort gegangen, und hab mir ein goldenes Ticket verdient. Und hast du ein goldenes Ticket für das nächste Jahr schon verdient, das allererste goldene Ticket für 2024, ich gehe aktuell hundertprozentig davon aus, dass du das wahrnehmen wirst. Ja, bin das auf jeden Fall. Ja, äh, und ich fasse einfach nochmal zusammen, also Bremen war schon gut, Niederleiter gegen Fried, ja, gegen Fried kann man verlieren, äh, der weiß auch ein bisschen, was Orks machen, äh, aber auch in Bremen schon, äh, Siege gegen Max Schierbecker, äh, Siege gegen Gordon Schecker, das sind alles gute Spieler, die man erstmal besiegen muss, äh, und jetzt, du hast das gerade schon so erwähnt, auch da hab ich ja beim Raccoon Rumble so einen Wallet besiegt, äh, ich fasse einfach mal zusammen, also ohne, ohne, äh, ab Runde 3 ist es, ist es für dich Valentin, dann ist es, äh, Major Nice Christian Breuer, unser OG Kings of the Hill, super starker Spieler, den besiegt, dann nochmal Max Schierbecker, diesmal mit einer starken Nahkampfliste, den besiegt, und dann am Ende nochmal gegen die Tau, äh, von Arthur Göttler, äh, bei dem ganz, ganz viele sich dieses Jahr die Zähne ausgebissen haben, äh, den du einfach auch, du hast diesen Move gerade schon beschrieben, äh, den du den Screen wegschießt, den hohen Watch mit auf, und da auf den Unterricht durchkommst, äh, und den auch noch klar besiegst, und dann einfach 6 zu 0, am Ende zweiter Platz, goldenes Ticket, hervorragendes Ergebnis, wir hatten das Spiel leider nicht auf dem Stream, aber dich hatte ich noch kurz auf dem Stream, äh, für das Spiel, für das Interview nach dem Spiel, also einfach mega stark, mega Erfolg, und natürlich dann auch richtig viele Punkte noch, äh, im, äh, im, äh, Team Germany Ranking, im deutschen Ranking. Ja, das war quasi der Super Mario Stern für mich, für das Team Germany Ranking, der sich einmal hoch die Level abgekommen bekommen hat, ne, aber volle Granate, und dann habe ich auf dieses Team Germany Ranking geschaut und habe mir gedacht, um Gottes Willen, du bist gerade Zehnter, wie geht das? Du bist Zehnter, es kam kein Meter mehr danach, es kam noch ein GT, du musstest noch einmal Zähne zusammenbeißen, konntest selber ein wenig überraschend, äh, nicht im Bambel dann sein, äh, musstest aus der Ferne bewirken, was passierte, aber es schob sich dann am Ende nur noch ein Spiel an dir vorbei, äh, und damit völlig verdient, aber auch wirklich völlig verdient, äh, den 12. Platz und damit die Qualifikation geholt, dafür schon mal herzlichen Sturm, also das ist eine fantastische Leistung gewesen, wenn man sich dieses Ganze hier anguckt, ja gut, jetzt Feuerbach mal zur Seite, ne, aber selbst 22 San Jose Mania ist schon nicht schlecht, ähm, Huxley, sechster Platz in dem harten Feld, ist nicht schlecht, äh, Bremen ist klasse, Raccoon ist einfach mega klasse und dazwischen auch die ganzen ATT-Siege noch, Team-Turnier-Siege noch, also, das ist ein definitiv verdienter Platz unter den Top 12 Deutschlands. Danke, das bedeutet mir sehr viel, dass du das sagst. Hättest du in dem Moment, als ich noch im Frühjahr gesportet, oder nicht gesportet habe, sondern gesagt habe, ne, hier Lokalmatador, mal gucken, was passiert, wenn er quasi aus seinem Bundesland oder aus seinen Bundesländern herausfährt, äh, hattest du dir das schon so ein bisschen als Ziel gesetzt? Wolltest du da gerne hin? Nein, auf gar keinen Fall, äh, also, ähm, verstehe mich nicht falsch, für mich ist es eine ultragroße Ehre, ähm, da mitzuspielen, aber mein eigentliches Ziel ist es, dass ich in die, dass ich wenigstens als Ersatzspieler oder irgendwas ins deutsche Nationalteam komme, und das ist die Motivation, einfach bei jedem Spiel das Beste zu geben, weil im Prinzip ist es mir auch völlig egal, ob ich gewinne oder verliere, außer wenn ich halt in einem Team führe, ein Team spiele, aber eher zum Singles, äh, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich, äh, von mir behaupten kann, dass ich mein Bestes gegeben habe nach dem Spielen, dass ich jede, jede ergedenkliche Situation genutzt habe, und, ähm, dass ich halt aufrichtig Gas gegeben habe, weißt du? Und das ist für mich viel, viel wichtiger, als dann jedes Spiel zu gewinnen, dass das halt dazu führt, dass du mehr Spiele gewinnst, als du verlierst, ist ja klar, und wenn du auch willst, bist, ähm, zu lernen aus Fehlern und dich aktiv auch kritisch mit dir selbst ein bisschen auseinandersetzt, dann kam halt so der eine Punkt, wo ich dann halt gesagt habe, ja, dann wird, dann wird man halt besser und versucht, noch gegen bessere Spiele zu spielen, und mein Ziel ist es daher immer gewesen, ähm, das sind ja die kurzfristigen Ziele, gegen jemanden wie ein Walle auf dem Raccoon Rumble zu spielen zu dürfen, weil von dem lernst du einfach unglaublich viel, wenn du gegen den spielen darfst, ja. Das ist total krass und das war mein Ziel. Ja, richtig, richtig geiler Einsatz, äh, lernen, mit positiver Einstellung in die Spiele gehen, äh, auch aus den Niederlagen das Ganze mitnehmen und, äh, ja, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, das hat auf jeden Fall dieses Jahr fantastisch funktioniert, Oh, Moment, Tick, Probleme, weil ich falsch Dinge anklicke, äh, Verzeihung. Kannst du mich hören? Ja, alles klar, gut. Äh, von daher auch, äh, super interessant, super geil, und, äh, nun, die Kader, äh, der Kader für das Team Deutschland steht natürlich noch nicht, da hast du noch alle Chancen, ähm, die deutschen Meisterstaffen stehen noch bevor, du fährst noch nach Las Vegas, im Februar gibt es noch Majors, also die Chancen stehen da auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hab hier diese vorbereitete Frage, welches Turnier in Deutschland war dein persönliches Highlight 2023? Ich stelle dir jetzt auch mal, äh, ich glaube, wir haben die Antwort eigentlich schon. Äh, welches Turnier? Ja. Äh, das teilt sich den Raccoon Rumble und das Team-Turnier in Nürnberg. Oh, schön. Ähm, weil, also Raccoon Rumble aus offensichtlichen Gründen, ich hab extrem gut gespielt gegen extrem gute Spieler und durfte viel lernen. Ja, machen wir schon. Aber ein Team-Turnier, und deswegen will ich jetzt auch öfters mal nach Prag fahren, äh, mit ein paar Jungs, mit Manu, äh, Berades vielleicht, äh, oder, äh, Wayanch, wie auch immer. Ähm, auf dem Team-Turnier hab ich das erste Mal gemerkt, wie geil 40k ist, wenn man eine Pick-Bun-Phase hat, wenn man, wenn man ein Match-Up-System hat und wenn man ein Team neben sich hat, und es geht nicht darum, zu gewinnen für sich selbst, sondern es geht darum, so viele Punkte fürs Team zu holen, wie es geht. Und, äh, das war mein persönliches Highlight, ähm, weil das war auch mein bestes Turnier, also neben Raccoon Rumble mein bestes Turnier, bin ich ganz ehrlich, weil, äh, ich wurde halt als Elderspieler gegen die anderen Elderspieler gepaart. Mhm. Und es ging halt immer nur darum, mach den anderen Elderspieler Platz. Ja, ja. Geil. Und das war so cool, das hat so Spaß gemacht. Und das hatte unglaublich viel Spaß und das hat auch gut funktioniert und deswegen will ich das unbedingt ja machen. Und deswegen will ich auch unbedingt, äh, das auf dem höchsten Niveau machen. Ja, find ich super, find ich, äh, mega sympathisch. Und, äh, ja, für diejenigen, die noch nicht Team gespielt haben da draußen, Leute, schnappt euch mal, es gibt so viele Team-Turniere dieses Jahr, tatsächlich dann auch mal in Deutschland oder im nahen, äh, Ausland. Schnappt euch, ja, eure Kumpels, fahrt mal dahin, äh, gebt euch eine kurze Einführung, die dauert fünf Minuten, dann habt ihr das Prinzip verstanden, äh, und spielt einfach Team, weil es macht, es gibt, also, 40.000 alleine Singles, ich find voll bei dir, macht Spaß, aber nichts geht über Team. Nichts. Ja. Team ist so krass. Aber wir wollen trotzdem bei dir bleiben und jetzt nicht auf, äh, wirkliche zukünftige Teams rübergehen. Hast du ein Spiel, das du beschreiben würdest für 2023? Jawohl, äh, das war mein Liebling. Oder hast du vielleicht sogar einen Spielzug, wo du sagen würdest, jawohl, äh, auf den blicke ich einfach zurück, der ist mir im Kopf geblieben. Ähm, ähm, also, als Spiel, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, sind die letzten drei Spiele beim Rock'n'Rumble, äh, nur kurz von, von wie, wie sich ein Ork-Spieler so ein Spiel vorstellt. Ähm, gegen Walle hat sich das angefühlt wie zwei Wände, die voreinander stehen, die sich gegenseitig wegschieben. Und meine Wand war halt ein bisschen stärker. Also wie beim Football so zwei D-Lines, die sich einfach nur büffelartig wegschieben. Das war ein richtig geiles und hartes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, gegen Max Schierbecker hat sich das ganz anders angefühlt. Da war das eher so, ich hab 15 Hammer und Hammer meinen Spielstil, den Gegner einfach in die Birne, bis, bis, bis ich halt auf dem Spielfeld stehe. Ja, und, äh, gegen, gegen Arthur Gürtler war es halt so, dass ich mit einer ganz präzisen Aktion, nämlich das Abwehrfeuer auf Gruthunde, mir eine Lücke erkämpft hab, wo dann am Ende Gazi durchgepasst hat. Und Gazi, äh, der Backline ist natürlich kein witziges Ding für Tau-Spieler. Also das war schon, ähm, ja, also sind Spielzüge per se keine, allerdings waren die, die kompetitivsten Spiele und die besten Gegner waren meine Lieblingsspiele. Ja, schön. Das war dein schwierigstes Spiel. Also, wer war dein härtester Gegner? Mein, äh, härtester Gegner war auf dem Huxleys, ähm, Mars mit Necrons. Irgendwie. Da hab ich das erste Mal gemerkt, also neben Fred auf dem, neben Fred in Bremen, hab ich das erste Mal gemerkt, wie groß, also ich betrachte mich selbst jetzt als keinen schlechten Spieler, aber wie groß der Skill-Unterschied noch ist zwischen jemandem wie Mars oder Fred und mir und wie viel ich noch lernen kann. Und, ähm, ja, das war so die, das war das härteste Spiel, weil die halt einfach ihre Armeen halt anders unter Kontrolle haben. Ne, das ist, das ist einfach so und das ist total krass, das mitzunehmen. Und, ähm, daran hab ich mir ein Beispiel genommen. An, an diesen beiden Leuten, äh, langfristig will ich irgendwann so gut wie die beiden werden. Ja, richtig, richtig, äh, laumar für diejenigen, die gerade jetzt nicht wissen, um wie es geht, Marvin Peterson. Ähm, kein regelmäßiger 40.000-Spieler, äh, deswegen vielleicht, äh, auch wenn dieses Jahr qualifiziert für die German Finals, also gerade etwas quatschig die Aussage, äh, aber, äh, was Movement angeht, wahrscheinlich einer der besten Deutschlands, äh, was einfach nur das richtige Movement, ähm, mit seinen Einheiten angeht. Äh, äh, ja, richtig geil, äh, wir gucken mal, gegen den konntest du ja wieder antreten, äh, bei den German Finals, der ist ja einer der potenziellen Gegner, gibt es jemanden, gegen den du da unbedingt spielen möchtest, bei den Deutschen Meistern? Äh, 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 darf ich dabei ein bisschen Trash-Talken? Bitte. Bitte, pass auf, bei uns in Chemnitz ist Matthias Bellmann verschrien als, äh, das freilos. Mann, wie? Ja, äh, äh, Matthias, wenn du das jetzt hörst, ja, du, ich würde unglaublich gerne gegen dich spielen. Ich weiß, äh, dass ich keine Chance haben werde, aber du bist das freilos und ich, ich renne dir die Wude ein. Aber sowas von, ähm, ja, äh, gegen den ich, äh, äh, richtig, auch richtig unglaublich gerne spielen würde, wäre, ähm, wieder gegen Walle, das ist einfach ein angenehmer, superguter Typ. Und tatsächlich gegen dem Idol, was ich seit, äh, seit Amsterdam halt hab, äh, gegen Grisha, ne? Ja. Der, äh, Respekt liegt im Bizeps. Ja, ganz wichtig. Ja, wir gucken mal, also, wenn ich euch zwei kriege, dann packen ich euch auf, auf den Stream schon. Weil es die Chance erhöht. Und den weiblichen Zinschauerschnitt, äh, für 40.000 noch mindestens um 300 Prozent zu erinnern, oder? So. Ich freu mich drauf. Ich freu mich drauf. Äh, ja, äh, Matthias Bellmann vermutlich auf Eldari bei den German Finals. Ob der sich um den linken Org-Spieler in die Gruppe wählt, wissen wir nicht. Aber es besteht ja immer die Chance, dass man sich auf jeden Fall nach der Gruppe trifft. Und wir wissen tatsächlich auch noch gar nicht, ob Bellmann tatsächlich Eldari spielt. Ich behaupte einfach mal, ich bin mir sehr sicher bei dir, dass du mit Aux kommen wirst. Äh, Misty, musst du jetzt natürlich, musst du jetzt natürlich nicht verraten. Äh, um Gottes Willen. Äh, aber. Ich hab da noch ein paar Überraschungen parat, eigentlich. Ja, perfekt. Perfekt. Ich freu mich, ich freu mich. Äh, äh, kannst natürlich Eldari spielen, Rutan. Noch mal was ganz anderes. Wir werden es am 5.1., am 5. Januar, da ist Listenabgabe und gleich ist sicher auch der Stream für die Gruppenwahl. Da werden wir es dann sehen. Und erfahren. Insgesamt, was hältst du so vom Teilnehmerfeld bei den DCR in German Finals? Also über Hass gegen ganz viele davon hast du tatsächlich schon gespielt dieses Jahr. Ja, das sind halt einfach, äh, für mich die absoluten Superstars, ne. Das sind die Besten, der Besten. Ähm, ich, äh, hab davor echt Respekt. Und ich hab aber auch ultra Bock gegen diese Leute zu spielen. Okay. Äh, ich hoffe aber, dass es, das ist, ich hab das ja noch nie mitgemacht. Ich hoffe, dass es nicht so verbissen wird. Dass es trotzdem locker ablaufen wird. Ähm, ich weiß, dass ich vom, vom Skill-Level noch überhaupt nicht auf deren Niveau bin. Aber umso cooler ist es, dass ich da mitmachen darf. Ähm, weil ich dann quasi für, für halb Sachsen dann quasi die, 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 äh, Momentaufnahme dann, äh, abbilde. Und quasi sage, äh, das kann, konnte ich aus diesem Spiel lernen. Und, äh, das konnte ich machen. Und, äh, darauf freue ich mich ganz sehr. Also du bist parallel, bist du der Paladin für Hessen und für Sachsen bei den German Firmes dieses Jahr. Ja, naja, also in Hessen, also, äh, die, 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 der Kontakt zu Hessen ist eher, äh, da ist nicht die kompetitive Szene. Sondern da sind eher meine, meine Kumpels, die dort einen kleinen Club haben. Äh, Grüße an der Stelle. Ja, aber das macht ja, äh, äh, alles, alles ist ja alles. Eins bei 40.000 und fern. Ja, ja, die, da, die, die, ähm, sehr wichtige Leute für mich, die mich zu dem Hobby getrieben haben. Ja, das ist ja auch immer das Entscheidende. Äh, wenn du dir das Feld ankommst, gibt's, gab's für dich eine Überraschung? Also hättest du, hättest du gesagt, ah, okay, cool, der ist, der ist drin. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich? Ja, okay. Und, äh, also, kein, kein Seidfach. Ähm, wie wird's? Oh, ich will jetzt. Ah, ich will nicht. Also, Max finde ich schon mal sehr gut fürs Publikum. Äh, kommt eigentlich nur, um zu lernen. Äh, ist gespannt auf die, diese elf guten Leute, die da alle besser sind als er, von denen, ich gucke mal kurz rauf, er nur fünf dieses Jahr bereits besiegt hat, äh, also, äh, ne, fünf nicht, aber drei besiegt hat, also, naja. Also, äh, erklärst du ein kleines bisschen Tiefsparbleib vielleicht, Herr Kandau, an der Stelle? Ne, äh, äh, ich, ich betrachte das wirklich so, aber, ähm, ne, äh, jetzt, äh, sei es, also, sei mal ganz ehrlich, was hab ich denn bei denen zu suchen? Also, äh, aber, äh, du, es zählt, es zählt auf den Tisch und auf dem Tisch kann ich dir ganz einfach sagen, äh, äh, ist das was, äh, Finalisten dann, jetzt stehst du drei, eins, mit einer, der gegen Fried, äh, gegen diese Topspiele, also. Das, das, das ist, das ist richtig, ne? Äh, ähm, ich will da auch gar nichts gegen sagen, ich bin aber mit dieser Außenseiterposition sehr glücklich. Ich werde sie dir auch nicht, Max, ich werde sie dir auch nicht, Max, ich werde sie dir auch nicht, ich werde sie dir auch nicht, alles gut. Sehr gut, äh, weil, was, weil, was, was ist denn, wenn zum Beispiel ein Matthias Bellmann aka das Freilos, äh, gegen mich spielen muss, dann hat er den Druck, dann muss der, stell mal vor, dann muss der gegen den kleinen Minimax, äh, äh, aus Chemnitz, muss der spielen, ne, und wenn der einen Fehler macht, dann kriegt der die Bude eingerannt, und dann ist das ziemlich peinlich, würde ich mal so sagen. Genauso, dasselbe gilt für Arno oder Fried. Ah, das finde ich hervorragend, das gefällt mir. Also, wunderschöne Einstellung, mit der du zu den German Finals fährst. Äh, eine letzte Frage habe ich noch für dich, äh, dann sind wir auch schon am Ende dieses Rinsetmos angekommen, äh, wer wird deutscher Meister? Wer, wer wird deutscher Meister? Wer wird deutscher Meister? Äh, das ist tatsächlich eine Frage, die mich ein bisschen überfordert, aber ich nehme immer an, äh, und ich würde es ihm auch ganz sehr gönnen, dass es Fred ist. Äh, Fred ist so, also, Fred ist für mich so ein bisschen der, äh, das Master meint, ähm, wenn der halt ein bisschen auf seine Zeit, wenn der das ein bisschen mit der Zeit hinkriegt, dann ist der, glaube ich, nicht zu schlagen. Also, ich glaube es nicht. Passt. Also, Fred, als auch einer unserer Top-Fabriken, zusammen mit Matthias Bellmann, vielleicht noch von meiner Seite. Äh, wir werfen noch, bevor wir das Interview beenden, das habe ich ganz vergeworfen, werfen wir noch einen kurzen Blick, äh, auf deine Spielerkarte, nämlich haben die anderen elf Spieler, äh, genauso wie du die anderen elf Spiele bewertet hast, haben die anderen elf Spieler auch dicht bewertet in fünf verschiedenen Kategorien. Wir gehen das einmal durch, ne, die Liste ging von eins, also fünf ist mittelmäßig, zehn ist Weltspitze, äh, du hast ein Overall, ein sehr gutes von, solide ist von 6,9, äh, Army List 7, ähm, siehst du dich da, ich frage dich einfach mal, siehst du dich da, Army Listen, das wäre gute, solide Army Listen? Ich bin erstmal mega dankbar, dass die mich nicht komplett in der Luft zerfetzt haben, dass es trotzdem noch so gut ist. Ähm, ja, Army List 7, also, ich bin der Meinung, also, das spiegelt nicht das wieder, was ich in meine Listen reinsetze, äh, ich bin der Meinung, ich gucke mir da, was die Org-Szene angeht, ach, jetzt habe ich es verabschiedet, was die Älter-Szene angeht, mit denen du dich da bist, äh, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, alles gut, ähm, äh, ich gucke mir halt immer die Top-Spieler an und gucke mir an, was die so spielen, passend das auf meinen Spielstil an, mache mir sehr viele Gedanken um Listen, ähm, da hätte ich mir tatsächlich, äh, ne, irgendwas zwischen 7,5 und einer 8 gewünscht, aber, äh, wenn das die anderen Spieler so sehen, vielleicht, vielleicht sehen die das ja auch nicht, was, was hinter so einer Org-Liste steht, vielleicht sehen die auch nur, äh, ähm, Stiefel an und rein, ne, also, weiß ich nicht. Ja, Orgs, da spielt mir doch einfach immer das, was gerade, was, was gerade im Schrank steht, oder nicht? Ja, genau, genau. Ja, ja, ne, alles klar, okay, finde ich gut. Äh, Maiko und Mako, man muss fairerweise dazu sagen, du bist tatsächlich so frisch in der Top-Spitze in der Deutschen 40.000-Szene, dass die wenigsten, die dich da bewertet haben, jetzt persönlich gegen dich gespielt haben oder das gesehen haben, äh, 6,1 und 6,3, das ist, ne, wenn man sich nichts unter Maiko und Mako vorstellen kann, also Mako, dein Gameplan im Allgemeinen, Mako so ein bisschen, wie du es im Detail umsetzt, wie bewegst du deine Modelle dann tatsächlich, wo drehst du nochmal die Waffe ein, um nochmal Deckung zu bekommen, äh, wo benutzt du den Consolidated Move, um nochmal ein Modell abzubinden. Ähm, alles so sieht, da müssen wir, glaube ich, nichts drüber sprechen, wenn wir nach den German-Final-Szene wieder die, äh, Bewertung war. Äh, Präsenz fand ich noch sehr schön, 7,6. 7,6, ja, das ist natürlich, äh, also ähnlich wie Grisha bei mir einen Bizeps-Bonus bekommen hat, äh, ist wahrscheinlich bei mir der, der War-Bonus. Ähm, also wenn du, wenn ein Org-Spieler halt keinen anständigen Org, äh, rausschreien kann, äh, dann gehört er einfach nicht aufs Feld. Wir spielen schon 40.000, also ein Org-Spieler, der nicht Warschreit, den will ich auch überhaupt nicht auf meinem Turnier haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, also es ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es nervig wird, ne? Deswegen hab ich auch nicht in Raccoon Rumble alles zusammengebrüllt, aber... Ach, du hast dich zurückgehalten mit deinem Wohrschrei? Ja, na, nee, nee, also ich hab nicht bei meinen, ich hab nicht jedes Spiel vorgeschrieben. Also du hast dich neben dem Spiel vorgeschrieben? Ja, das ist so. Ja, nee, also, weil ich, ich will ja auch jetzt nicht, äh, stell dir mal vor, da ist irgendein Turnieranfänger zufälligerweise neben mir und auf einmal rastet einer am Nebenstich halt aus, ne, der arme Kerl. Also, tut mir ja sehr leid, ich bin ja ein lieber Kerl, ich will ja nicht, ich will ja nicht die Leuten Angst machen. Also Präsenz, das heißt, wie stark lässt er sich vom Gegner beeindrucken, äh, wie stark lässt er sich nicht vom Gegner beeindrucken, da bin ich, glaub ich, komplett beim, beim restlichen Teilnehmerfeld, so irgendwas sieben Komma hoch, äh, Richtung acht, hätte ich dir auf jeden Fall gegeben, äh, Speed, bist du schon mal in Urprobleme gelaufen? Äh, ja, äh, interessanterweise nur gegen einen einzigen Spieler und das die ganze Zeit, gegen Max Schierbecker. Äh, bestimmt richtig. Ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass das ein ultra-nicer Dude ist, mit dem ich mich während dem Spiel halt über alles Mögliche unterhalte, aber, äh, das passiert halt leider. Ja, aber ansonsten hab ich eigentlich nie Zeitprobleme. Ja, also, ne, gut, Team Nummer fünf, dementsprechend auf jeden Fall, so die Erwerbung da. Äh, insgesamt, gucken wir uns diese Karte nochmal nach den German Finals an, schau mal, was daran so stimmte. Äh, auf Max Schierbecker bist du dieses Jahr, dieses Mal leider nicht treffen, der hat sich leider nicht qualifizieren können, das heißt, du bist unser einziger Max, äh, diesmal in den German Finals, äh, aber es wird auf jeden Fall ein sehr gutes Turnier. Ich freue mich sehr darauf, dich in den German Finals zu sehen. Ich hoffe ja persönlich mit Orcs, damit wir einen Orcs-Spieler haben, äh, oder einen Spieler, der sicher Orcs spielt und da freue ich mich dann auf, dass du siehst. Es wird auf jeden Fall Spitzohrig. Es wird auf jeden Fall Spitzohrig. Das, das, das ist so. Das nirgends. Max, ich sag schon mal, vielen Dank für dieses Interview. Äh, letzte Worte von dir. Möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du noch was raushauen? Ja, also, ich, äh, möchte drei, ähm, Parteien sehr, sehr, sehr lieb grüßen. Einmal, ähm, die, mein, die Rodenbacher, der Club in Hessen, aus dem ich stamme, die, die das Ganze irgendwie, keine Ahnung, losgetreten haben damals, die mich ganz herzlich ausgenommen haben, äh, da muss ich auch immer ein bisschen anfangen zu heulen, wenn ich an die Zeit zurückdenke, weil das war einfach, das war so dieser Urgedanke von 40K, das war so schön. Ja. Ähm, an, äh, meine Chemnitzer Jungs, die mich unterstützen, die mit mir Trainingsspiele spielen und, äh, zu guter Letzt, und das ist auch, äh, mit so das, eines der wichtigsten Sachen, meine Familie, meine Freundin, äh, die mich unterstützen, die das Ganze ertragen, ne, das ist immer gar nicht so, äh, selbstverständlich, das sollten sich viele auch mal Gedanken drauf machen und, äh, da bin ich auch ultra dankbar und der Grüße gehen auf jeden Fall an all diese Personen raus, die felsenfest hinter mir stehen, die eine quasi eine Deathwall hinter mir bilden. Max, dann sag ich nochmal vielen Dank, wir sehen uns schön und spätestens wieder am 5.1., Leute, schaltet ein am 5.1., dann werden wir erfahren, in welcher Gruppe Max Kanter landet, äh, und ob Matthias, das Freilos Bellmann, die tatsächlich in Gruppe 1 wählen wird, äh, all das erfahren wir am 5.1., Max, vielen Dank nochmal, bis dahin, Tschüss, vielen Dank, tschau. Und dann noch, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Und dann noch, bis zum nächsten Mal.